Wer killt mich da zu so später Stunde? Boah, meine USP, die ist richtig krank. Liegt unter dir. Vier Bixi sind da drauf. Alter. Kannst du dir überhaupt einen klaren Gedanken fassen, wenn du die da hand hast? Oder hast du da durchgehend... Deswegen, ey, mich damit auch so schlecht. Durchgehend im Zelt in der Hose, ne? Klar. Aua. Lass mal GLRF schreiben. Achso. Wohin gehst du? Gut, dann geh ich in Librie. Beide Short. Renate kommt. Oh, jetzt rennt der weg. Ich kann vom Heuwagen schon stehen. Oh, hey. Zelt in der Hose. Habe ich zum ersten Mal gehört. Zelt in der Hose habe ich auch schon aufgehört. Oh, ja. Aufgehört, oft gehabt, ne? Er chillt einfach an der Kante. Du, da verliere ich direkt die Lust an den Gegnern. Ist down. Bomb ist auch down. Die war da oben drin. Bord. Nice. Wer auch immer das gemacht hat. Jan, du alte Rakete. Wie geht's dir? Morre. Willkommen im Live. Wie morre? Ich bin full von Short aus. Long kommt auch einer. Ach Gott, mein Aim. Ein anderer war gerade Ebs. Ach so, der war gar nicht Short durch. Cross Wings noch full Nades. Smoke, Flash, Nade. Ja, ich smoke jetzt hier hinten ab. Am Heuwagen. Minus 58. Oh, shit, Alter. Fuck. Zwei. Zwei in eins habe ich ihm gegeben. Easy. Das Crash Game. Oh Gott, beide. Der war also. Ey, wenn ihr mich beeindruckt wollt, zieht mal Caro Hemden an. Können doch einfach mal einen Headshot. Gönnen. Bücher. Bitte. Game. Oh nö. Der hat Game ist aber gar nicht gegönnt. You don't have to like it. You just have to do it. What's that? Nein. Nein. Screw you guys. I'm going home. Ja gut, Schniedel. Ich sag mal so. Nö. Na gut. Ja, Caro Hemden an. Also ich. Whammon sieht doch nice aus. Da steh mich gerade noch mal zu. Find ich auch sweet. Bin sie nur ein Caro Hemd tragen? Ein etwas längeres, weiß ich? Ja, vorne offen am Bett. Ja klar, nicht zugeknöpft, dass es so leicht offen steht und du schon die zwei so angedeutet siehst. Ich weiß gar nicht, über was ihr gerade redet, hä? Gretel sagt, er möchte Girls in Caro Hemden sehen. Das sollen sie anziehen, um seinen Respekt zu ergattern. Gretel, ich schicke dir dann später ein Bild von mir in Caro Hemden, ne? Boah, aber leicht geöffnet, ne? Denk dran. Mit Ausschnitte oder so, oder wie? Ist er bei dir? Er ist Under Roof 7 HP. Helpt es ja doch nicht, wenn er mir ein Insta-Headshot drückt, der sagt. Sir? Hey! Wie er voll lange einfach hinter dem Ding war. Ich mag lieber kleine Tiddies und kleinen Po. Ich stehe nicht auf große Tiddies. Also Polak. Hast du Price geschrieben? Ne, Polak. Polak, sicher? Ist es für dich ein Negativpunkt? Ich meine jetzt nicht so überdimensionale, riesen, bis zum Knie hängende, ne? Sondern schon so ein... Ey, ist es für dich tatsächlich ein Minuspunkt bei einer Frau? Geil. Ich kann es dir eben runterfallen, Fit. Oh! Layered! Also ich finde, negativ ist es nie. Aber natürlich ist auch alles, ähm, kleinere, sieht gut aus. Ja? Das ist gar keine Frage. Also für mich ist es auch kein Negativpunkt. Ja klar. Also für mich ist es tatsächlich... Ich wollte gerade sagen, für mich ist das wichtigste... Das ist doch... Ja. Also wie die Person dazu drauf ist. Und dann ist alles andere ein Bonus oben drauf. Wäre Jan zum Beispiel eine Frau... Dann? Dann würde er A, nochmal dreimal so viele Viewer haben. Das stimmt, ja. Und B, würde ich mich direkt verlieben. Das wäre natürlich... Auf nur Homo-Basis. Das wäre natürlich Standard. Ja, dann wäre ich auch eine Frau. Dann ist ja kein Homo. Beim verschissenen Heuwagen. Okay. Also ich finde hinten schon praktisch bei Frauen. Ja. Genau. Also ich finde es auch sehr, sehr. Da ist man doch oft dran. Das ist nicht so... Da ist man auf jeden Fall auch dran, oder? So als Mann. Man muss schon richtig... Wuppel, wuppel, wuppel zwischen den Beinen machen können. Genau. Man muss schon Motorboot fahren können. Nee, also wenn das... Also... Ich weiß ja auch was mal... Äh? Warum ist jetzt... Teamspeak scheint bei mir grad zur Hälfte durch. Was soll denn der Scheiß? Kommt jetzt zu mir? Library. Ich hab's dir ein bisschen kürzelt. Ja, ja, ja. Natürlich. Ich war halt nur noch gesmockt. Also wir hätten auch noch ganz kurz warten. Alles gut. Ähm... Und C hätte Jan dann auch einen Karo-Hemd. Natürlich! Larry, dann hätte ich auch einen Karo-Hemd an. Ja, Molli, raus jetzt. Sehr gut. Molli, den gerade mal rausziehen und sagt. Der Rainier ist weg. Ich lege direkt. Ich bin nicht mal... Oh. Okay, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Hallo? Nice! Wie viele Raids hast du eigentlich heute schon gekriegt? Heute geht's echt ab. Ich muss öfter Sonntag streamen. Drei oder vier? Ich hab drei. Ich hab dir übrigens grad 100 in den Reun gegeben. Also, nochmal Willkommen an alle und vielen Dank. Speedhack 2 für deinen Raid. Richtig nice. Wie geht's euch, falls ihr noch wach seid? Ajo! Hihihi! Fuck, ich soll's! Ey, der ist noch nicht dran. Nice! Global? Ich bin doch kein Global, Mann! Oh, komm schon! Süßel! Warum? 15-1-8, kein Glaube! Schmutz! Schmutz! Schmutz!